Aber was riesengroßes von Star Wars, Alter, steht das so schwer? Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Metalizer, diesmal die Lootbox von GetDigital. Außerdem Januar 2021. Wir schauen mal, was drin ist und ab geht's. Dadurch, dass es halt neu ist, also dadurch, dass es für mich halt eben auch eine Überraschung ist, das Ganze auszupacken, greife ich halt immer rein und ich sehe noch gar nicht groß, was drin ist. Deswegen fangen wir einfach mal an mit diesem tollen Teil hier. Und zwar sind das Face Notes, zweimal 100 Sheets. Da kann man dann sich halt Notizen drauf machen. Das ist hier einmal, ihr kennt das vielleicht, diese Post-its. Gucken wir, ob wir das ausgepackt kriegen überhaupt. Das ist die nächste entscheidende, wichtige Frage. So sehen die aus und man kann halt hier, dann das sind, und die können halt lustig frei nach Belieben beschriftet werden. Gute Sache auf jeden Fall. Schönes Ding. Greifen wir nochmal rein, es gibt ein T-Shirt. Und zwar sind das, wenn ich das richtig sehe, Filmhunde. Also Hunde aus Filmen und Serien. Hier haben wir Snoopy. Das ist hier der, ich komme auf den Namen gerade nicht, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aus Rick and Morty ist das der Hund. Ich weiß aber nicht, wer er ist, also schreibt es gerne in die Kommentare rein, falls ihr den Namen gerade im Sinn habt. Das hier ist Scooby-Doo. Das hier ist der Hund von den Simpsons. Das hier ist, oh Gott, den habe ich auch schon mal gesehen. Ich komme aber gerade nicht drauf. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das hier ist der aus Family Guy. Kommen wir auch gerade auf seinen Namen nicht. Oh Gott, ich habe Family Guy geguckt und komme auf den Namen nicht. Also schreibt auch das gerne nochmal in die Kommentare rein. Das hier ist halt EFX aus Asterix und Obelix. Hier sieht man noch so ein Römer, Ligoniershelm. Ziemlich cooles Shirt und die sind hier auf jeden Fall am Pokern. Hier oben ist auch noch... Allerdings weiß ich gerade nicht, weiß ich gerade auch nicht, woher da kommt. Also schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich lerne auch gerne immer noch dazu und freue mich natürlich über sämtliches Feedback. Das hier ist ein sehr, sehr cooles Shirt, auf jeden Fall nice. Gut, greifen wir nochmal weiter rein. Hier haben wir außerirdische Spezialität. Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium. Heist Planet Mars. Okay. Willkommen auf dem Planeten Mars. Das hier ist das Nahrungsergänzungsmittel. Da ist wahrscheinlich Magnesium drin. Hier noch so ein kleines Schöpfkelle. Mars-Siedler haben seltener Geburtstag und weniger Geschenke. Der Mars braucht ca. 1,9 Erdenjahre für eine Reise um die Sonne. Mars-Siedler können etwas länger wach bleiben. Ein Mars-Tag ist 40 Minuten länger als auf der Erde. Mitarbeiter von Mars-Missionen tun dies bereits. Eine 60 Kilogramm Frau würde auf dem Mars nur ca. 23 Kilo wiegen. Zumindest wenn sie eine Waage der Erde ohne Anpassung an die Schwerkraft mitgebracht hätte. Auf dem Mars wurde Wasser von der fünffachen Menge des Mittelmeers gefunden. Ca. 21 Millionen Kubikkilometer. Nur leider versalzen und tiefgefroren. Ach Mist. Die Atmosphäre des Mars besteht zu 95% aus Kohlendioxid. Zu einem Treibhauseffekt reicht es trotzdem nicht. Mit durchschnittlich minus 63 Grad ist es bitterkalt. Mit dem Auto bräuchte man zum Mars eine Reisezeit von ca. 50 Jahren. Die kürzeste Entfernung zwischen Erde und Mars beträgt 55 Millionen Kilometer. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar coole Fakten über den Mars. Und hier haben wir halt noch so ein Nahrungsergänzungsmittel drin. Hier haben wir noch eine kleine Geschichte dazu und so weiter. Seit über 20 Jahren arbeiten wir daran, außer Spezialitäten vom Mars präsentieren zu können. Okay, also es ist wohl so ein bisschen... Achso, hier kann man das noch aufklappen. Also es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Lustig gemacht, so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, also Magnesium und so weiter. Das Experiment, da gibt es so ein Experiment, was man hier dann durchführen kann. Und ja, also ich werde es bestimmt mal probieren. Allerdings jetzt nicht hier beim Unboxing. Also ist das Thema dieser Lootbox wohl so ein bisschen Science, würde ich mal jetzt behaupten. Ohne es mir genau... Ohne genau vorher reingeguckt zu haben. Aber das erschließt sich mir daraus. Auf jeden Fall eine coole Aktion. Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium. Gucken wir, was noch drin ist. Ah, unser kleines Tütchen hier. Das können wir natürlich auch mal auspacken. There is no cloud, ein Aufkleber. It's just someone else's computer. Und hier nochmal... Star Wars... Fan, also Number One Fan. Loil. Und mit einem Raumschiff aus Star Trek. Ja. Cool. Star Wars Number One Fan und dann ein Raumschiff aus Star Trek mit drauf. Okay, coole Aktion. Das ist witzig. Das ist witzig. Dann haben wir hier... The Dark Side of No Moon. Das ist der Todesstern in Anlehnung auf Pink Floyds Dark Side of the Moon. Also das Musikalbum, das auch Geschichte geschrieben hat. Das ist eine leere Hülle. Also hier kann man eine CD zum Beispiel reinpacken. Okay. Auch witzig. Dann haben wir hier Flash aus der Justice League. Also eine kleine Figur. Es gibt übrigens auch noch Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, die wir haben. Und Green Lantern. Hat LED Augen. Also LED Augen. Magnetische Füße. So ein beweglicher Körper. So ein beweglicher Teil. Ich will den eigentlich umgekehrt zu denken eigentlich auspacken. Ich finde den eigentlich so in der Packung immer viel cooler. Das lassen wir auch an der Stelle jetzt einfach mal so. Also auf jeden Fall mit Leuchten. Also mit LED noch mit drin. Ziemlich cool. Auch nice. Gefällt mir. Oh, was riesengroßes von Star Wars. Alter, steht das so schwer? Uhuhu. Ein Star Wars Mug Set. Also ein Tassenset. Helter. Okay. Nice. Und da kann man Kaffeetassen reinpacken. Müssen natürlich nicht Star Wars sein, aber es sind natürlich auch drei Star Wars Tassen mit dabei. Also sauber verpackt. Und dann haben wir halt hier nochmal drei Kaffeetassen und ein bisschen Styropor. Das ist hier eine der Tassen. Das ist dann halt hier der Stormtrooper. Das hier ist dann die zweite Tasse. Die sind halt wie gesagt übereinander stapelbar auch. Dann ergeben sie halt nochmal so ein schönes Muster. Ein Gesamtbild. Und hier dann halt die letzte Tasse. Und die kann man halt hier in diesem Gestänge, kann man die halt hier einführen. So. Zack. Und dadurch ergibt sich halt dann diese Zeichnung hier. Für die Illustration. Ist ziemlich cool gemacht. Also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Und das kann man sich dann halt eben zum Beispiel in die Küche stellen. Okay. Das spart auf jeden Fall Platz und man hat immer drei Tassen zur Hand. Was ist immer mehr, ne? So. Und dann haben wir noch, haha, ein Darth Vader. Ich glaube, das ist ein Küchenbrett. Melamine-Brettchen. Spüren Sie das Brett vor dem ersten Gebrauch von Hand mit heißem Wasser. Normalen Spülmittel ab. Kein Schallmittel verwenden. Das ist so ein Frühstücksbrett. Da kann man sich dann halt die Butter drauf schmieren. Also nicht auf das Brett. Aber, ne? Man kann das zumindest als das Frühstücksbrett verwenden. Dann haben wir noch so ein kleines Buch. Und zwar ist es die Loot-Geschichte Nummer 7. Impuls. Die war auch noch mit dabei. Da gibt es halt hier immer so einen kleinen Roman. Und dann haben wir ein bisschen Informationen über die Autorin. Das ist auch nochmal mit dabei. Das ist immer ganz nett. Kann man mal so zwischendurch mal lesen. Gucken wir, was drin war. Das war auf jeden Fall schon mal die Lootbox. Wir schauen jetzt mal eben rein. Da haben wir zum einen Star Wars Becher-Set zum Stapeln. Es gab drei verschiedene Varianten. Hier noch mit BB-8. Dann Darth Vader, Stormtrooper. Und genau. Das war mit dabei. Dann haben wir das Shirt. Dogs Playing Poker. Und Brian aus Family Guy. Odie. Ach, das ist Odie von Garfield gewesen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem in die Kommentare reingeschrieben. Dann könnt ihr euch beweisen, dass ihr es wusstet. Knecht Ruprecht von den Simpsons. Und Scooby-Doo. Im Hintergrund sieht man sogar den versteinerten Seymour auf einer Säule. Versteinerte Seymour? Wo kommt der denn her? Hm. Eine von vier DC-Hero-Cross-Figuren. Bitter ernst, fast entschlossen und zu allem bereits, so kennt man die Helden von DC. In den zunehmend grimmigen Filmen um Batman, Superman und Co. zeigen sich immer wieder ab, warum DC Comics gerne zum düsteren Marvel-Rivalen erklärt wird. Doch diese Miniaturen von Superman, Batman, Green Lantern und Flash können mehr als nur grimmig gucken. Ihre Augen leuchten und mit Hilfe von Magneten in den Füßen stehen sie ganz stabil, während du super bewegliche Helden in coolsten Kampfposen bringst. Also die kann man halt, die kann man halt noch so ein bisschen selber gestalten und in Form bringen. Eins von vier Star Wars Frühstücksballern. Es gibt das mit Han Solo, Darth Vader, Daniel Hedden Stormtrooper und BB-8 für 6,95. Das Getränkepulver Taste Planet Mars hatten wir halt hier auch mit dabei. Dieses Getränkepulver enthält nämlich nur mal Mineralien, die auf dem Mars zu finden sind. Wie zum Beispiel Magnesium und bestimmte Mineralsalze. So kann die rote Farbe des Mars kann dein Getränk durch das enthaltene Eisenoxid annehmen. Auch eine nette Idee. Die Dark Side of No Moon CD-Hülle. Das ist halt das Cover, wie schon gesagt, von Pink Floyds Dark Side of the Moon. Und wird halt hier mit dem Todesstern gekreuzt. Und Stichwort That's... That is No Moon. Sehr nice auf jeden Fall. No Cloud Sticker. Den hatten wir auch gerade schon mal für 95 Cent. Die Sticky Notes Raketen für 1,45. Dann gab es Pennywise Plüffiguren. In der diesmaligen Lootbox-Upgrade. Was ich mir aber nicht geholt habe. Ich gucke halt immer genau, was für ein Upgrade es ist. Und dann entscheide ich halt, ob ich es mir hole oder nicht. Das kostet halt auch immer ein bisschen was extra. Nämlich, um genau zu sein, 9,95 Euro. Und man kriegt dann halt Sachen im Wert von über 20 Euro. Es ist halt, wie gesagt, eine Überraschung. Aber ich bin jetzt nicht der große S-Fan. Deswegen habe ich es hier nicht gemacht. Und auch bei dem DC hier werde ich es halt nicht machen. Also das Upgrade nicht machen. Da muss halt schon mal irgendwas Cooles dabei sein. Und dann mache ich das mal. Fallout zum Beispiel. Wenn Fallout dabei wäre im Upgrade, dann würde ich es machen. Wir haben natürlich dann auch hier wieder noch neue Sachen im Shop. wie zum Beispiel die Assassin's Creed Apple of Eden Bruchstutzen. Das sind hier mit dabei. Dann die Harley Quinn Birds of Prey Handtasche. Es gibt hier noch einen coolen Magic the Great Ring Bierkrug. Kann man auf jeden Fall immer mal reinschauen. Also im Shop von denen gibt es immer coole Sachen. Da habe ich hier nochmal eine Info. Wann geht digital mal wieder live? Es ist jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr auf YouTube. Und es gibt natürlich auch die Respawn Lootbox. Also wenn man eine Lootbox verpasst hat, kann man sich die immer nochmal wieder holen. Es gibt auch mit Rebox 15 noch einen 5 Euro Gutschein. Das war die Lootbox von Get Digital aus dem Januar 2021. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch die Lootbox gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von der Lootbox haltet und ob ihr euch sie selber holen möchtet. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch noch einen Link. Da findet ihr die Lootbox auch nochmal direkt. Kostet euch nicht mehr. Ich kriege halt eine kleine Provision davon. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch die Lootbox gefällt und ihr euch die wieder holen möchtet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Ich kriege halt ein paar Mal.